Ja, es ist wieder Freitag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bong Weekend, präsentiert von der Societe Generale. Ich bin Sebastian Hoffmann von Primequans und wir machen jetzt schnell einen Haken hinter die Rechtshinweise, denn sonst läuft mir der DAX heute noch davon. Also, dieses Video stellt keine Anlageberatung dar, dient also zur Information und spiegelt lediglich die Meinung von Primequans wieder. Aufwärts geht's und zwar deutlich. Nachdem der DAX heute die Kurslücke vom Dienstag geschlossen hat und damit noch einmal die Unterstützung aus Oktober-Tief und 11.000er Marke erfolgreich auf den Prüfstand gestellt hat, machten die Kurse auf dem Absatzkehrt und könnten nun neben der Oktober-Abwärtstrendgrade, die heute kaum Bremswirkung entfaltete, ein kleines Dreieck bullisch auflösen. Ich will dieses kleine Muster aber jetzt gar nicht an die große Glocke hängen. Viel interessanter wird nämlich, ob der DAX in der kommenden Woche nun auch über das amtierende Jahreshoch bei 11.372 Punkten hinauskommen kann. Das ist nämlich ein interessantes Level, auf das ich gleich nochmal zu sprechen komme. Zunächst halten wir fest, dass ich jetzt einen Aufwärtstrendkanal etablieren könnte und innerhalb dieser Range wäre sogar ein Heranlaufen an das Dezemberhoch bei 11.567 Punkten möglich. Zoomen wir etwas heraus und dann sehen wir auch direkt, warum es jetzt aus charttechnischer Sicht wichtig wäre, auf ein neues Jahreshoch zu klettern. Denn dann könnte auch die April-Trendgrade überboten werden, die den breiten 2018er Trendkanal grob in zwei Teile gliedert. Darüber ging es dann, wie gesagt, um das Dezember-Top, bevor die Nackenlinie der alten SKS-Formation in Angriff genommen werden könnte. Sie erinnern sich, im vergangenen Jahr hatte der DAX mit dem Rutsch unter 11.869 Punkte das Umkehrmuster vollendet und neue Short-Signale ausgelöst. Schauen wir noch schnell auf die Unterseite. Klar, da steht auch weiterhin das Oktober-Tief mit der 11.000er Schwelle im Fokus. Sollten die Kurse dort nach unten durchrutschen, wäre ein schneller Test der unteren Trendkanalbegrenzung im Bereich von 10.700 denkbar. Und nur für den Fall, dass der DAX auch dort keinen Halt findet, wäre beim Rutsch aus dem Kanal das Dezember-Zwischen und das 2018er-Tief bei 10.586 und 10.279 als mögliche Ziele zu nennen. Das aber erstmal nur formhalber. Wer im DAX gerne aktiv werden möchte, der kann das auf der Long-Seite beispielsweise mit einem Mini-Future-Long mit der WKN SC9 KGH tun. Die Scheine verfügen momentan über eine Hebelwirkung von 8,32 und laufen endlos. Auf der Short-Seite kann man beispielsweise mit einem Mini-Future-Short mit der WKN ST3 7RU aktiv werden. Die Scheine verfügen momentan über eine Hebelwirkung von 8,28 und laufen ebenfalls endlos. Bleiben wir noch kurz beim DAX, denn eine Sache fällt im Chart nämlich noch auf und zwar die Tatsache, dass der DAX vor allem im Vergleich zu den anderen Indizes noch deutlich unter seiner 200-Tage-Linie und damit streng genommen im langfristigen Abwärtstrend notiert. Der Dow Jones ist hier schon einen ganzen Schritt weiter und konnte die 200-Tage-Linie bereits Ende Januar zurückerobern. Ins Auge sticht natürlich die massive V-Formation, die je nach Sichtweise manch einen technischen Analyst sieht sie schon als vollendet, mancher hingegen erst über dem Dezember-Top den Chart interessant macht. Dazu kurz ein bisschen Theorie, denn das Kurspotenzial aus einem solchen V errechnet sich, indem die Distanz zwischen dem tiefsten Punkt und der oberen Begrenzung an das Ausbruchsniveau angetragen wird. So oder so, das Potenzial sollte locker reichen, um den Dow Jones, sofern er auch über 26.000 Punkte klettert, bis zum 2018 Januar hoch bei 26.617 oder bis zum Allzeithoch bei 26.952 und damit bis zur 27.000 Punkte Marke zu tragen. Schauen wir aber auch hier noch kurz auf die Unterseite. Als erste relevante Unterstützung ist hier natürlich der Bereich rund um 25.000 Punkte zu nennen, wo auch die 200-Tage-Linie verläuft. Eine Etage tiefer wäre dann noch das offene Gap vom 30. Januar zu nennen, das bei 24.675 geschlossen wäre, bevor die Haltezone auf dem Niveau des Oktober-Tiefs bei 24.122 in den Fokus rücken würde. Werfen wir dann noch einen Blick auf ein paar Highlights in der kommenden Woche. Zu nennen sind unter anderem die ZDW-Konjunkturerwartungen am Dienstag, das Sitzungsprotokoll am Mittwoch und natürlich der IFO-Index am Freitag. Bleibt mir noch, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Machen Sie es gut!